Ja, Mahlzeit. Wir sind gerade hier am Kalksandschernwerk in Großfeld. Wollen Sie den einen oder anderen Kästchen machen? Wollen Sie den einen oder anderen Kästchen? So, dann würde ich sagen, dann gehen wir noch erstmal in die Richtung und schauen, was los ist. So, dann können Sie den einen oder anderen Kästchen machen. So, dann können Sie den einen oder anderen Kästchen machen. So, dann können Sie den einen oder anderen Kästchen machen. Bis zum nächsten Mal. Auf jeden Fall, das was niemals passieren darf, beide meine GPS-Geräte, Batterie leer, Akku leer, Ersatz-Akkus, nicht getestet. Super, ne? Alle leer. Alle leer, seine auch. Meine, meine, ich hatte vier mit, du hattest drei mit, sieben. Ich hatte drei mit, sieben Batterien noch mit. Als Ersatz. Als Ersatz quasi für ein GPS-Gerät oder Taschtampe zum Beispiel, die brauchen wir ja nicht, ist er hält. Ja, ja. Aber alle leer. Das darf nie passieren. Zum Glück hat immer so ein GPS-Gerät mit. Mein GPS-Geräte tut noch mit, da habe ich die letzten Tage noch für sich gelagen, weil leer war. Aber merkt euch. Testet vorher eure Ersatz-Akkus, bevor ihr rauszieht. Wir haben jetzt von drei GPS-Geräten nur eins. Und das hat nicht mal eine Karte. Scheiße. Das brauchen wir auch nicht, aber... Peinlich. Wenn wir einen Geocacher treffen, dann ist das das Einzige, was wir mit hatten. So, ne? Ja. Glaubt keiner wissen. Musik 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 Bis zum nächsten Mal. Nachdem unsere Akkus ja alle leer waren, meine GPS Geräte ausgefallen sind, keine Wege gehabt. Auf dem Rückweg sind wir jetzt ein bisschen kreuz und quer gelaufen. Noch ein bisschen. Deswegen haben wir jetzt echt voll viel schon gelaufen. Ich meine sieht man nicht, aber es ist schon 1.15 Uhr. Wir haben jetzt eine Stunde von Rückweg gebraucht, kannst du sagen. Immer hier mit seinem nur Kompass. Wir wissen nur die Richtung ungefähr. Leider führen die Wege ja meistens nicht so, dann da wo man hin will. Genau. Naja, aber wir haben mich dann doch noch trotzdem ganz gut zurückgefunden. Ja. So, dass wir gleich im Auto sind. Und dann nach Hause können. Ja. Und ein verdientes Bierchen trinken können. Auf jeden Fall. Drei Cache-Zimmer gefunden. Auch recht zügig gefunden die Cache immer. Ja doch, doch. Super. Da haben wir heute irgendwo irgendwo den Lauf. Oder andere war Pech. Ja, mit den GPS Geräten war scheiße. Sonst hätten wir vielleicht noch ein paar mehr machen können. Ja. Ja und wie gesagt, wir hatten ja nur nachher ein GPS Gerät so. Und du meinst ja da keine Karte. Das heißt, ich sehe nur einen Kompass. Das wollen wir jetzt auch schon wieder. Hier, mal kurz gucken. Wir müssen eigentlich gerade raus. Links. Okay, wir müssen links. Ja. Ja, okay. Da hat das ja gepasst, ne? Links. Weiter geht's. Sind bald am ersten Cache, ne? Was sagen sie? Ja, am ersten Cache sind wir jetzt wieder bald, wo wir angefangen sind, weil ich war ja auch ein bisschen blöd und hab mir die Position vom Auto nicht markiert. Aber der erste Cache war auch nicht weiter von weg. Von daher passt das noch. Gut einer als Punkt. Genau. Wir müssen noch nicht wieder bei uns. Kommt nach. Wie geht's dir jetzt nicht weiter mit uns. Wir müssen, die sind gleich zwischen uns und uns und uns, Und wir müssen noch nicht vert видen. Meineine sind vor, wenn nicht zu knapp, Ну hier sind unsere Interesse, erst mal nicht mehr. Und wir müssen uns wiederentwickeln. Und wir müssen uns das einfach mal auf anderem. Und wir müssen uns. eine Minute. Und wir müssen uns auch am, also auch an.